Hi, ich bin Johannes von NewGadgets.de und gerade in Barcelona auf dem Mobile World Congress. Und die japanische Firma NEC zeigt hier seine Smartphones. Wir haben hier das Medias Z, ein großes Smartphone. Hier steht ja auch Large Full Wide Screen. Und leider stehen hier keine technischen Daten, aber wir haben hier LTE. Da steht hier Latest OS, Large Brilliant Display. So, gut, wir können hier nur raten, 4,5, 4,8 oder so. Aber es sieht schon ganz okay aus. Wir haben hier hinten die Kamera, auch den Lautsprecher, die Kamera und das Fotolicht. Ich kann jetzt auch nicht ganz genau erkennen, was für eine Kamera. Steht nur HD drauf, oder? Ja, ich kann es nicht lesen, es ist viel zu klein. So, und schauen wir uns das Handy mal von allen Seiten an. Wir haben hier unten einmal den Headset-Port, auf der rechten Seite den Power-Button und auf der linken Seite haben wir den Micro-USB-Port und die Lautstärke-Taste. So, das NEC Medias Z. Ob es jemals in Deutschland auf den Markt kommen wird, weiß ich nicht. Da NEC sich eher auf den japanischen Markt konzentriert. So, das NEC Mod chorier weiß. So, das NEC Modellweим hat